Hallo Leute, ja, morgen ist der 1. Dezember, das bedeutet ich fange an mit meinem Weihnachts-Special. Ihr werdet dann den ersten Tag sehen. Ich habe die Videos so genannt Weihnachts-Special-Tag 1. Ihr seht also nicht, was euch dahinter erwartet. Wäre auch sonst ein bisschen blöd eigentlich, wenn ihr sehen würdet, was euch hinter dem Video erwartet. Was mir da vielleicht ein bisschen durch die Quere kommen kann, sind die Thumbnails, also die Bilder, die am Anfang jedes Videos angezeigt werden. Wenn ihr auf ein Video klickt, dann seht ihr schon mal so ein Ausschnitt aus im Video, so ein Bild. Da kann es natürlich sein, dass das blöd ist, dass man das vielleicht schon vorher sieht, aber ich denke, das wird schon alles passen und sowas. Ich habe im Moment zwölf Tage schon aufgenommen, beziehungsweise erst, leider. Ich muss also noch die Hälfte, muss ich insgesamt jetzt noch in den zwölf Tagen fertig bekommen. Ob ich das ganz schaffe, weiß ich nicht. Das ist etwas blöd. Und das Problem dabei ist jetzt nur, wenn ich das jetzt nicht fertig bekomme und was weiß ich, 22, 23, 24 nichts habe, dann ist das natürlich ziemlich blöd. Weil das dann ja eher, ja, weil das dann nicht passt. Muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie hinbekomme. Also, ich bin jetzt so fast, fast am Ende mit meinen Ideen. Ein, zwei hätte ich noch, aber ich muss gucken, ob ich da noch irgendwie was hinbekomme. Und noch eine kurze Ankündigung. Wie gesagt, ähm, an Weihnachten bekomme ich ja mal einen neuen PC. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich viele Sachen erstmal wieder installieren muss und alles. Deswegen wird am 25. kein Video kommen. Am 24. wird nur das Weihnachts-Special-Video kommen. Das 24. wenn ich eins habe. Ich hoffe doch. Und am 26. Dezember kommt dann eventuell schon was. Also, ich bin mir nicht sicher, ob am 26. was kommen wird, aber am 27. auf jeden Fall. Und, ja, ich glaube, das war es eigentlich. Ja, okay. Wir sehen uns also dann beim Weihnachts-Special wieder. Bis dann. Ciao. Und viel Spaß.